Bei den Pyromaden spielen. Wo bleibt eigentlich die Musik? Musik. Hallo. Wo bist du? Komm bitte wieder. Ich frage mich, warum das Großholz heißt. Doch ein ganz kleiner Baum. Kaum verwinkelt. Kaum viele Stimmen, aber ist die Musik alle? Ist die Playlist Ende, oder was? Das haben wir schon alles einmal. Das kann doch nicht sein. Doch, die Playlist ist Ende. Was? Und halt nochmal von vorne. So. War ein bisschen still gerade alles. Und wenn ihr nur mein Gelaber habt. Uiuiui. Ihr Arm. Wenigstens ein bisschen schellige Mosaikmusch da zu schlaufen. Ich glaube, das tut's fürs Erste. Wir haben auf jeden Fall schon ordentlich was abgebaut, oder? Ich glaube, das sind schon ein paar Stacks, du. Ich will jetzt nicht mehr behaupten, dass es für alles, alles, alles reicht, aber... Oh, warum ist hier Stein? Warum sehe ich das denn nicht? Man, auf welcher Taste macht man das? Ich google das gleich. So. So. Jetzt verschmehr her. Oh, ne. Das, äh... Reicht einen Moment. Der Baum ist auch dezent größer als der andere. Oh, nur ein bisschen. Aber er war so schön auf Distanz. Er war eigentlich der Hingucker und streng genommen sogar der Grund, warum wir hier gebaut haben. Jetzt fühle ich mich schlecht. Hm. Tut mir leid, Baum. So. So ist das halt. Der Mensch sieht etwas, findet es schön. Und dann macht sich der Mensch breit. Und alles verschwindet. Das, Menschen, da. So. Sag mal, du geh mal bitte da rein. So, so ist mir jetzt nämlich lieber. Hm, hm, hm. So, hier haben drei sind wir schon nach vorne gegangen. Na, ei, ei, ei. Müssen wir uns auf jeden Fall merken. Unsere Vitrie und so. Nichts wir nachzählen müssen. Aber ich bin bei 100%, dass es drei waren. Nein. Ja, genau. Schön mit Erde. Und schönes Erdedach. Wolltet ihr doch bestimmt auch schon mal haben, nicht? Ein schönes Erdedach. So. Wenn wir wenigstens etwas geschafft haben, bin ich schon zufrieden. Aber es soll nicht dabei bleiben, dass alles, was wir bisher geschafft haben, ist, einen langweiligen, großen Baum abzufällen. Und, äh, ein bisschen Terraforming und Erde vom Haus entfernen. Ist irgendwie so, ja, ich hab gerade eine kleine Aufnahme-Session. Und, was hast du gemacht in den, in dieser einen Stunde? Ja, ich hab Erde entfernt. Jo, ich hab Erde entfernt. Ich hab, äh, ist ja nicht alles, ne? Also, ich hab Erde entfernt. Ich hab einen Baum gefällt. Jo. Ein bisschen Terraforming. Klingt eigentlich doch gar nicht so schlimm, ne? Klingt eigentlich doch relativ normal, muss man sagen. Jetzt zum Nachhinein. So, das Dach. Das Holz reicht auch noch sehr gut. Das reicht auf jeden Fall auch noch für die Weiterbauten. So, jetzt muss ich nämlich, äh, da nicht. Jo. Da. Nein. Und da. Ja. Okay. Na, gleich ein Pupärchen. Aber das sind ja drei, die wir schon runter sind, ne? Zwei. Drei. So, dann werden wir uns wieder ein bisschen Erde verbrauchen. Hm, 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 hm. Aber Dinge müssen getan werden. Die Uhrzeit sagt mir schon wieder ab. Wieso haben wir denn keine Erde mehr, Mann? Wohl nicht mitgenommen, einfach, ne? Gah, gah, gah. Eins. Zwei. Drei. Okay. Schaufel wollten wir halt eh auch machen, äh, und Äxte wollten wir auch noch machen. Dann machen wir gleich mal ein bisschen, ein bisschen, ne? Ein bisschen Werkzeug. Zweckwerk. Da siehst du mal, wir hatten sogar welche mit. Also jetzt nicht Werkzeug, aber, ne? Hier. Kegelförmige Rampe, ne? Stimmer, Mons. Es wird schon wieder dunkel. Und ich hoffe, ich erinnere mich nach der Folge dran, dass ich googeln möchte, wie ich diese Kacke wieder einblende. Das hat vorher auch nicht funktioniert, irgendwie. Irgendwie ist irgendwas komisch. Ich bin nicht mehr verbunden. Dinge funktionieren, die vorher nicht funktioniert haben. Dafür. Oh, Kartoffeln. 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 Das sind Kartoffeln hier, ne? Geht's aber genau auf. So. Rinder. Rinder, Rinder. Unendlich Faden. Haben wir Faden überhaupt? Scheinbar schon. Ja, haben wir. Ja. Also jetzt schlafen. Dann Werkzeug. Entschuldigung. Habe ich nicht mehr rechtzeitig geschafft... Habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft, mich zu muten, weil ich verhustet muss. Ach, wir haben... Guck mal. Ach, jetzt. Habe ich schon wieder aufs Mikrofon. So, wir machen jetzt aber Eisentools hier. Ja. Ja. Das ist knuffig. Ich würde gar nicht noch... Ich würde gar nicht noch eine Axt machen. Scheiße. Oh, Schaufel machen wir auf jeden Fall auch drei. Checker brauchen wir eh. Bleiben bei uns im Inventar. Das Eichenholz können wir da mal reinschmeißen, ne? Wobei, Ne, das brauchen wir gleich. Was brauchen wir? Erstmal zu pressen. Ich fette mir voll gut. Gerüst. Gerüst wollen wir nicht. Das war das Rad schon so schön sortiert. Ich denke mal, es würde dann auch reichen. Wir haben jetzt sowieso ein bisschen übertrieben. Wie immer. So. So. Das ist jetzt vorbei. Reichen die? Ja, klar reichen die. Das reichen. So, der bleibt immer noch bei uns. Den kommt da rein. Eschen. Eschen kommt da rein. Erde. Was haben wir mit der Erde gemacht, dass wir keine mehr haben? Geräte. Seriously? Ah, geteraformt. Natürlich. Na, der Held vom Erdbeerfeld, ne? Betreibt erstmal schön terraforming. Während er die Erde noch braucht, um hier weiterzumachen. dieser Saulmann. So ein Esel ist der Junge. Hä? Äh. 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 Ich bin gerade kurz verwirrt. Ich dachte gerade, ich habe in einem Zimmer mal einen Block, äh, Erde gesetzt. Wobei, wenn ich die Musik höre, ne? Ich habe noch so viele Rollenspiele, die ich anfangen möchte. Bei Rollenspielen weiß ich nur halt echt nicht, ob ich sie aufnehme. Das wäre dann halt schon eher was für ein Stream oder so. Aber je nachdem, wie gut die Spiele sind, verbringt man halt auch mal, äh, keine Ahnung, 150, 200 Stunden drin. Ja, kennt er wahrscheinlich alle selber zu gut. Das ist die Frage, ob das sein muss, ne? Muss ich das sagen? Ich bin mir zumindest sicher, dass wir gleich wieder Erde haben. Müssen wir ja noch mit ein paar Ziegeln, wir haben ja auch noch welche, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Mit ein paar Ziegeln hierher kommen, dass wir dieses Abteil hier fertig mit Ziegeln machen. Wieso haue ich mir mein Gerüst weg? So ein Blöder, der kann man noch nicht sein. Alter, wir müssen auch vor... Oh Gott, ne. Alter, wir müssen von hier drinnen auch nochmal überall Rampen gegensetzen hier. Okay. Ja, komm mal machen. Okay. 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 Ganz so schöne Erde da unten. Und danach haben wir die Aufgabe, unser Gerüst wegzumachen. Wir machen Erde weg, verbrauchen dabei Erde, um danach Erde zu besorgen. Erdeception. Und danach haben wir die einzige. Und dann haben wir den Blöder. Und dann ist das ganze Zeit. Und dann haben wir die Royal. Und jetzt gibt es nochmal die Idee. Und dann können wir die Idee eines Jungs und ich irgendwann packen. Und dann können wir die Jungs nicht mehr. Und dann können wir die Jungs nicht mehr so Schlüschen machen wir. das ist schon mal die erste hin das ist das gerüst was wir gerade gebaut haben aber echt gut haben wir gut mit sich gebaut und schön hoch um hier an enorm viel ran dafür müssten wir jetzt quasi aber kurz absteigen ist ja auch kein weltuntergang in der schaufel geht es auch alles ein bisschen schneller als ohne ok ich sehe schon ich hatte im schnaufi modus das ist halt wenn man gegen das mikrofon kommt und egal es kann wieder dran sitzen dass wir hier drinnen noch mal komplett also quasi das komplette dach nachbauen müssen nur halt nach innen verlegt das ist schon krass das ist schon krasse arbeit dann macht man sich mit leitern doch wesentlich einfacher äh leitern mit äh hier ihr wisst schon treppen man müsste es rein theoretisch nicht aber immer diese immer immer dieser dieser zwang perfekt zu sein also nicht perfekt zu sein aber er soll halt schön aussehen auch von ihm dann wozu mache ich gerade ein dach mit zimmermann blöcken nicht damit so aussieht wie mit treppen da habe ich es auch mit treppen machen können das ist halt das ding ja das ist halt das ding das gerüst wird strategisch abgebaut ja guck mal leute war doch jetzt gar nicht so stimme oder hätte ich es vielleicht noch stehen lassen können sogar vielleicht wegen dem gestein ich kann mich dann auch beiden seiten einmal kurz hoch bauen das ist auch mt so jetzt die seite noch weg wir sind unten angekommen da wollen wir mal ein bisschen erde ein und essen nebenbei erdbeeren oh hier liegt auch noch ein bisschen wieder ein tag vorbei oder was wo will nur die zeit immerhin da haben wir einen weggemacht letzte problem warum mache ich das jetzt überhaupt das ist schon ein bisschen useless ich werde auch mal zusehen dass ich für zukünftige minecraft folgen die eigene playlist also eine eigene playlist mache wenn jetzt gerade ne ich meine ihr könnt ihr könnt euch halt geben monetarisiere nichts ihr könnt euch schön entspannt die minecraft folgen ohne werbung einziehen wenn werbung drin ist dann ist sie nicht von mir ich kann nicht monetarisieren wegen der musik und möchte ich auch gar nicht ehrlich gesagt wir müssen jetzt aber erstmal in die falle wir müssen fallen in die falle dann bringen wir das gleich auf den selben stand und dann müssen wir überlegen reicht uns das hier ich glaube nämlich einen weiter hätte ich gern noch hallo erdbeeren ich glaube ein weiter wäre sogar extrem oder ich glaube ein weiter wäre sogar extrem oder wir müssen dann nochmal die ziegel da anbringen dann sieht das glaube ich nochmal anders aus sieht es irgendwie noch alles ein bisschen komisch aus natürlich müssen wir die unterseite noch machen dann sieht das ganze auch wieder ein bisschen besser aus wenn wir aber auch an den seiten tun müssen das wird richtig krass das wird einfach richtig krasse arbeit wir hätten noch hier in fein auf welche so so Vielen Dank.